Sechstes Fischerfest lockte an Maltitzer Dorfteich. Zu Beginn der Herbstzeit 2009 laufen vielerorts die Vorbereitungen für das Abfischen der Dorfteiche. Im Weißenberger Ortsteil Maltitz war es am 3. Oktober wieder soweit. Hecht, Herbert und die Freiwillige Feuerwehr luden ab 10 Uhr an den Dorfteich zum Gemütlichen beisammensein. Gegen 11 Uhr gab es dann die ersten der 291 frisch geräucherten Forellen, etwa 51 Karpfenstücke und 15 Aale zum sofortigen Verzehr bzw. zum Mitnehmen. Erstere wurden natürlich nicht in Maltitz gefangen, sondern zugekauft. Seltener aber trotzdem ins Netz gingen Schlein, Störe und Graskarpfen. Für die ebenfalls angebotene leckere Fischsojanka hatten ja bereits zwei Wochen zuvor die Kids beim Kinderpreisangeln gewaltig was an Land gezogen. Während 2008 beim Regen-Kinderpreisangeln nicht mal 10 Fische gefangen wurden, waren es 2009 etwa 100. Für alle, die in diesem Jahr leer ausgingen und keinen Fisch abbekamen, heißt es im nächsten Jahr rechtzeitig vorbestellen.